Nach dem Event ist vor dem Event. Okay, Spaß beiseite. Ich bin DonF204 und in diesem Video gibt es ein paar richtig schöne Ankündigungen. Ein neues Event. Yay! Neue Preise zu gewinnen. Yay! Es gibt einen neuen Sale. Zwei Sales sogar. Und ich habe nochmal eine andere Ankündigung. Und noch ein paar Sachen, die ich noch zwischendurch mal so reinwerfe. Schaut euch auf jeden Fall das Video hier an. Bleibt dran. Dann wisst ihr, was demnächst passieren wird auf diesem Kanal. So. Zu allererst mal. Ich habe das Community Event ja vor zwei Wochen gestreamt. Vier Streams und neun Projekte. Alle neun Teilnehmer haben erfolgreich teilgenommen. Haben gewonnen. Und kriegen ihr Steam-Guthaben ausgezahlt. Dazu müsst ihr mir aber eine Freundschaftsanfrage bitte auf Steam schicken. Wer das noch nicht gemacht hat. Sonst könnte ich euch das Steam-Guthaben nicht geben. Aber die meisten haben ja schon mal teilgenommen. Und dementsprechend habe ich euch ja schon als Freunde drin. Aber für alle, die mich noch nicht eingeladen haben als Freund. Unten in der Videobeschreibung ist ein Link zu meinem Steam-Profil. Könnt ihr mir eine Freundschaftsanfrage schicken. Dann schicke ich euch die Preise zu. So. Kommen wir zum nächsten wunderschönen Event. Das nächste Event wird nämlich bald starten. Es wird ein kleines Mini-Event. Und zwar startet das am 1. Juli. Technisch gesehen werde ich wahrscheinlich das Video dazu schon am 30. Juni hochladen. Also am Donnerstag. Aber eigentlich beginnt es erst am 1. Juli. Also wenn ihr am 1. Juli auf meinen YouTube-Kanal geht, wird das Video wahrscheinlich schon hochgeladen sein. Und ihr könnt direkt los starten. Ihr habt dann einen Monat Zeit. Den kompletten Juli. Abgabe wäre dann am 31. Juli. Was ihr genau machen müsst, verrate ich nicht. Ihr müsst aber auf jeden Fall nicht unbedingt ein RPG-Maker-Projekt einreichen. Also selbst wenn ihr keinen RPG-Maker habt, werdet ihr teilnehmen können. Aber was ihr genau machen sollt, verrate ich euch an dieser Stelle nicht. Aber ich verrate euch schon mal. Es gibt satte Preise. Preise, 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 Preise. Ihr könnt unter anderem den RPG-Maker-Unite gewinnen, der noch nicht mal draußen ist. Und ich selber nicht weiß, was der kosten wird. Aber ich schenke ihn auf jeden Fall einem von euch. Gut, dass das auch schon mal geklärt ist. Dann nächstes Event. Haltet euch bereit. Nächste Woche Freitag startet es auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich lade ich das Video schon am Donnerstag hoch. Aus Zeitgründen. Weil ich Freitag nicht so Zeit habe für. So. Dann zum nächsten Thema. Ähm, Steam Summer Sale. Ja, Summer Sale. RPG-Maker sind wieder alle im Angebot. RPG-Maker in die Suche eingeben. Auf die Lupe drücken oder Enter. Ist egal. Ähm, RPG-Maker im Set nur 40,79 Euro. RPG-Maker im Wii 14,79 Euro. Wie kommt die immer auf 79? Ich habe keine Ahnung. Ähm, der RPG-Maker XP. 2,29 Euro. Das ist quasi geschenkt. Ähm, und so weiter und so fort. Ihr habt hier auf jeden Fall einiges an RPG-Makern zur Verfügung. Eigentlich alle. Außer die United ist noch nicht draußen. Ähm, preislich finde ich es eigentlich alles angemessen. Man sollte nur nicht außerhalb der Sales kaufen. Man sieht ja hier, ähm, 68 Euro. Das ist dann doch ganz schön happig. Es ist ja doch einiges mehr als 40 Euro. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. 40 Euro finde ich aber angemessen für den MZ. Ist absolut Top-Produkt. Okay. Dann sind aber auch einige RPG-Maker-Spiele im Angebot, die ich euch jetzt an dieser Stelle empfehlen möchte. Einmal Omori. Das würde ich euch echt ans Herz legen. Es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Ähm, das einzige Problem, das Ganze ist nur auf Englisch, Japanisch und Chinesisch und Koreanisch verfügbar. Also nicht auf Deutsch oder Französisch oder Spanisch oder was auch immer ihr sprecht. Aber ich gehe mal davon aus, ihr sprecht Deutsch. Und das ist ein bisschen ärgerlich, aber Englisch ist auch noch vollkommen okay. Sieht auf jeden Fall wunderschön aus. Echt ein mega geiler Stil. Also, mir gefällt es sehr. Und kann ich echt empfehlen. Kam jetzt letztens auch für die Konsolen raus, falls ihr da Interesse habt. Da kostet es aber ein bisschen mehr. Hier auf Steam kostet es derzeit nur 10,07 Euro. Das ist wirklich relativ günstig für das Spiel hier. Das ist richtig top. Das werde ich demnächst auch wahrscheinlich mal on-stream spielen. Zumindest anspielen. Durchspielen wahrscheinlich nicht. Aber anspielen werde ich es auf jeden Fall mal mit euch zusammen. So, dann haben wir The Witches House. Habe ich schon gestreamt. Komplett. Mega geiles Game. Für 6,24 Euro kann man nichts falsch machen. Mit RPG Maker MV gemacht. Übrigens, darum The Witches House MV. Omori wurde auch mit dem RPG Maker MV gemacht, soweit ich weiß. Und dann haben wir noch To The Moon für 1,59 Euro. Oder ihr könnt auch hier To The Moon Series Anniversary Bundle kaufen für 7,99 Euro. Das ist eigentlich wie geschenkt. Glaubt mir, alleine To The Moon ist schon 8 Euro wert. Und da kommen noch andere Spiele hinzu. Kann ich echt empfehlen. Ist in meinen Augen eins der besten RPG Maker Spiele mit RPG Maker XP damals gemacht. Mega geiles Spiel. Kann ich euch wirklich empfehlen. To The Moon. Ich bekomme übrigens kein Geld. Das ist keine Werbung. Das sind nur Empfehlungen von mir. Das ist keine bezahlte Werbung. Nur rein informell. Dass ihr das nochmal wisst. Dark Souls Remastered ist leider nicht runtergesetzt, um zum nächsten Thema zu kommen. Ich wollte ja eigentlich eine No-Hit-Run machen. Aber dann ging es mir auf den Sack auf dem PC, äh, Quatsch, auf der Xbox immer wieder neu anzufangen, wenn ich irgendwie versage. Und nicht richtig üben zu können. Bei der PC-Version hat man so einen Safe Game Manager. Ähm, und darum wollte ich auf die PC-Version mal auf dem Sale warten. Aber irgendwie, ja, 40 Euro will ich dafür nicht ausgeben, weil ich es schon für Xbox gekauft habe. Doppelt kaufen ist halt, ja, ist halt ein geiles Game. Aber doppelt kaufen, ihr versteht mich. Äh, wenn es nie in den Sale kommt, werde ich es wahrscheinlich irgendwann kaufen. Dadurch verzögert sich mein No-Hit-Run doch um einiges, um wahrscheinlich Monate, vielleicht Jahre. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, es kommt irgendwann in Sale. Im schlimmsten Fall muss ich es halt nochmal 40 Euro latzen, ist halt so. So, aber nächstes Thema. Der Summer Sale von Two-Face Games, das ist ein Kumpel von mir, ähm, der hat hier seine Spiele, die man kaufen kann auf H.I.O. Und die sind wirklich teilweise richtig gut. Ich habe da auch, ähm, Streams dazu gemacht in meinem Kanal, könnt ihr mal gucken. Ich habe Alchemistress Vivi gespielt. Ich habe gespielt Port Traventor. Ich habe gespielt Trapped. Und Happy Lady Lute habe ich gespielt. Ja, das waren, glaube ich, alle, die ich gespielt habe. Ähm, und ich habe auch für alle bezahlt. Und wenn ihr auf jeden Fall auch ein paar davon spielen wollt, why not? Die sind wirklich teilweise mega gut. Ähm, das sind halt kleine Spiele. Das sind keine Spiele, wo man jetzt 100 Stunden reinballert. Aber das muss ja auch nicht sein. Mir ist es auch sogar lieber, äh, mal ein kleineres Spiel zu haben. Kann aber eigentlich alle, die ich gespielt habe, empfehlen. Also Port Traventor war gut, Alchemistress war gut, Happy Lady war gut und Trap war auch gut. Und ich denke mal, die anderen sind auch super Spiele. Kann ich empfehlen. Ähm, noch zwölf Tage geht der Sale. Man kann auch das ganze Bundle für 31 Dollar kaufen. Wie viel sind das in Euro? Keine Ahnung, 25 Euro oder so. Das ist auf jeden Fall auch vollkommen in Ordnung. Oder von mir aus auch 30 Euro. Ich habe keine Ahnung, wie der Kurs aktuell ist. Ähm, der Euro ist ja auch ein bisschen gesunken im Wert. Sagen wir mal, 30 Euro ist vollkommen in Ordnung. Also wenn ihr mal Bock habt auf ein paar kleinere Spiele, sind ja auch wirklich ein paar dabei, neun Stück. Ähm, ja. Haut da ein paar Euro rein, da freut er sich, denke ich mal. Und selbst wenn ihr nur ein Spiel davon kauft, ist ja nicht schlimm. Aber, ja. Also ich habe mega Bock. Ich werde auch auf jeden Fall noch ein paar Spiele kaufen. Ähm, aber... Ja, gut. Haben wir das auch geklärt. Dann auf zum nächsten Thema. Ich habe ja gesagt, in dem Video wird es ein paar mehr Themen geben. Uh! Im August, ab 1. August habe ich Urlaub. Ab 1. August habe ich Urlaub. Nicht 1. Juli, 1. August. Das ist Montag. Zwei Wochen am Stück. Also 1. August bis, ähm, 14. August quasi. Und da werde ich viel streamen. Darum ist auch das Event das nächste, den kompletten Juli lang. Ähm, 1. Juli bis, ähm, 31. Und ab 1. August werde ich dann eure Projekte, die ihr eingereicht habt, streamen. Die komplette Woche durchweg, bis ich alle Projekte von euch weggeballert habe. Und dann werde ich noch anderen APCG Maker Stuff streamen in meinem Urlaub. Ich werde meinen Urlaub für euch teilweise mit Opfern. Opfern in Anführungszeichen. Ich habe ja auch mega Bock drauf. Also ich habe selber mega Bock drauf. Ähm, was werden wir machen? Wir werden Spiele spielen. Von euch. Ihr könnt ja hier in die Kommentare reinschreiben, auf welche Spiele ihr Bock habt. Ich werde vielleicht auch eins von Two-Face-Games nochmal spielen. Und Sion hatte auch, ähm, kann ich irgendwo gucken, wem ich folge. Hm. Ja, gut. Mega geil. Ähm, wie geht das hier? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Funktioniert das? Dashboard? Ähm, Followers, äh, ein Follow. Ah, hier steht auch Sion. Cool. Sion, du folgst mir. Danke. Ähm, genau. Ja, es wirfts Live 2, will ich wahrscheinlich spielen. Habe ich mega Bock drauf. Und auch in die neue Version von Sego Koshi will ich vielleicht mal reingucken. Ich glaube, da war auch eine neue Version verfügbar. Also da habe ich mega Bock drauf. Werde ich auf jeden Fall mal beide mal nochmal reingucken. Ähm, werde ich in meinem Urlaub machen. Dann, ähm, ein paar Tutorial-Streams oder so werde ich noch machen. Also da wird auf jeden Fall einiges noch auf euch zukommen. In meinem Urlaub. Zwei Wochen. Eure Projekte. Eure Spiele. Eure Spiele. Und auch ein paar Tutorial-Streams etc. PP. Da wird einiges noch auf euch zukommen. Dann in den zwei Wochen. Auf jeden Fall. Und die Streams bleiben auch online. Falls ihr nicht live dabei sein könnt, werden sie auch online bleiben. Damit ihr dann alles nachgucken könnt. Und dann gut. Gut. Nächstes und letztes Thema. Ich hoffe, ihr seid dran geblieben. Wer bis jetzt dran geblieben ist, schreibt mal in die Kommentare Fischstäbchen. Fischstäbchen. Schreibt das Wort Fischstäbchen in die Kommentare. Dann weiß ich, wer bis jetzt dran geblieben ist. Wer ein wahrer Fan ist. Wer ist ein wahrer Fan. Okay, Spaß. Ähm, ganz einfach. Wir werden Valorant spielen. Ich werde Valorant mit meiner Community spielen. Ich habe mega Bock drauf. Ich habe ein bisschen geübt. Und ich habe Bock Valorant zu spielen. Zu fünft mit euch im Team. Ähm, online. Geht ja nicht offline. Ähm, gegen andere Spieler. Und da habe ich mega Bock drauf. Schreibt mal, ähm, hier in die Kommentare, wenn ihr Bock habt mitzuspielen. Aber, noch besser wäre, wenn ihr in meinen Discord geht. Link in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr hier bei Valorant, Valorant mitspielen. Hier einfach mal reinschreiben, dass ihr mitspielen wollt. Dann weiß ich Bescheid. Das wäre mega cool. Da würde ich mich mega freuen. Ähm, ich selber bin eigentlich ziemlich der Anfänger. Und spiele auch normalerweise keine Shooter. Deswegen bin ich nicht sooo gut. Okay, Leute. Ähm, ich bin aktuell. L bin ich Bronze 2 im Ranking. Ähm, das ist jetzt nicht sonderlich gut. Okay. Ähm, ich selber spiele Viper für alle, die Valorant kennen. Für alle, die Valorant nicht kennen, aber Bock haben mit mir zu spielen. Das ist nicht schlimm. Ihr könnt auch mit komplett null Erfahrung... Ups, jetzt bin ich gegen das Mikrofon gekommen. Ähm, ihr könnt auch mit komplett null Erfahrung, ähm, mit mir zusammen spielen. Ich spiele einfach nur just for fun. Ähm, ich möchte Spaß haben. Okay. Gut. Wir werden dann vielleicht auch nicht Ranked spielen. Wahrscheinlich nicht. Wenn ihr Anfänger seid, dürft ihr ja noch gar nicht Ranked spielen. Wir werden dann wahrscheinlich einfach hier Unranked spielen. Okay. Gut. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Und ich hoffe, es melden sich ein paar wegen Valorant. Wäre mega cool, dass wir fünf Leute vollkriegen. Also ich brauche ja nur vier Spieler, die richtig Bock haben, mit mir zusammen Valorant zu verlieren. Ähm, oder mich zu carryen. Also wenn ihr gut seid, wäre geil. Also wenn ihr gerne Shooter spielt, seid dabei. Und wenn ihr nicht gerne Shooter spielt, dann vielleicht schaut ihr wenigstens zu. Wäre auch cool. Vielleicht streame ich das Ganze. Vielleicht streame ich es aber auch nicht. Das weiß ich noch nicht. Ähm, gut. Dann danke sehr fürs Zuhören und Zuschauen. Tschüsseli! Vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, ob ihr Valorant mitspielen wollt. Wäre mega cool. Ähm, wir würden im August spielen. Ähm, wahrscheinlich... Ähm... Wahrscheinlich, wo fängt der August an? Hier fängt der August an. Das erste August-Wochenende, der fünfte, sechste und siebte August, würden wir wahrscheinlich Valorant spielen. Ja, wahrscheinlich. Aber ich lege mich da noch nicht fest, okay? Okay. Gut, jetzt aber wirklich Tschüss und danke fürs Zuhören. So. Ciao!